So, willkommen zu einer Folge von Let's Playtogether Minecraft. Wir sind wieder unterwegs ohne Plan B LP. Heute haben wir ja beim letzten Mal gesagt... Hallo Hatice, dreh dich auf! Heute haben wir beim letzten Mal gesagt, nein, beim letzten Mal haben wir gesagt, dass wir heute unterwegs sind zu so einem Dungeon, den Hatice gesucht hat. Wir wollten deshalb über das Wasser los. Hatice? Hatice ist schon ganz aufgedreht. Fahr los, wir fahren dir hinterher. Wie sieht das Wende aus, ey? Mit dem Pfeil im Arsch fährt sie los, ey. Warte mal, ich muss grad mal hier mich koordinieren. Ich hab die Karte dabei. Halt's Maul! Ah, Dennis hat grad kurz... Nein, was ist los? Mein Boot ist auf einmal weg! Hä? Ja, wenn du zu dicht am Ufer fährst, geht das kaputt. Geht auch nichts, was kaputt hätte gehen können. Ach, Tim. Ja, dann warten wir jetzt mal auf ihn. Kannst du bauen? So, x2, y... Na? Falsch. Z ist richtig. Ey, wie schlecht! Z muss ja bleiben. Gut, jetzt hab ich zumindest den Weg. Hä, warum war mein Boot auf einmal weg? Oder hab ich auch so ein Schiff gedrückt? Aber dann hättest du ja doch da sein müssen. Dann kann ich... Seht ihr mich? Ja, aber wir müssen aufpassen, dass der Dennis hier irgendwie nicht reinfährt. So. Hast du zeitgestoppt, Artikel? Nein, warte. Ich hab die Karte auf. The same procedure as every year, ne? Also, wir fahren jetzt zu so einem Dungeon, was Artikel gefunden hat. Das sieht so geil aus, ey. Wie wir unterwegs sind, ey. Voll geil! Kommt mir hinterher einfach. Jetzt sind wir zu den Australian Opens, ne? Hier in der Serie, oder? In South West Wales. Tim fährt direkt... Tim Sebastian, den Bitch hatten. Ey, Sebastian, nein! Die Farbe ist so nah am Rücken, Mann. Ey, die Karte ist richtig riesig, ey. Ey! Du fährst immer dauernd durch mich durch. Wo ist der hinter mir? Artikel, wie fährst du denn? Ja, ich muss gerade koordinieren, Junge. Ja, hallo, heute ein Let's Play mit mir, Hicks und Artikel. Betroffen. Leidet, ne? Also... Ja, wir sind gleich da, mein Gott, nervt nicht. Man muss ganz stolz sagen, mein Buch war das einzige, was noch da gestanden hat gerade. Ihr habt eure Bote kaputt gemacht. Nein, ich hab meins eingesammelt. Disrespect. So, auf die Inseln müssten wir drauf. Welche Inseln? Ah, da war ich ja drauf, da war ich schon mal. Ja, ich kenne, da hab ich mal Urlaub gemacht, zwei Wochen. Ja, wann warst du da? Und genau an der Insel ist auch die Karte zu Ende. Bisschen, bisschen noch. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Oh, ich muss bremsen, oh! Alter, wo fehlt mein Boot hin? Ich bin da ganz gechillt, ich park mein Ziel ganz ruhig. So, guck. Einmal mit der Axt. Ein Sattel gehört mir oder alles, alles was cool ist, gehört mir. Ne. Doch, ich hab das Dungeon gefunden, ich hab jetzt nur auf euch gewartet. Und weg ist es, alles komplett weg. Das Boot nicht unter Wasser. Ja, es ist unter Wasser wahrscheinlich. Ich hab's eben auch gesehen, wie es unter Wasser gesunken ist. Ja, ein bisschen weiter noch, denn ist die Karte zu Ende. Vielleicht kann ich die ja nochmal vergrößern. Wie weit soll ich jetzt noch runter, also hier war ich schon gar nicht. Warte mal eben Leute, Sebastian ist gerade unter Wasser. Davor sind Schafe. Wolle! Ich hab's. Wolle! Wääh! Können wir was mit Schafen machen? Wolle! Wolle! Wolle färbt! aber in null wenn wir die umbringen ich will die nicht alle töten lasst das ja du nicht aber wir können es da mal wollen uns ein wichtiger bestandteil unseres lebens jetzt muss ich es mal gerade finden hier ist es gerade ein buch sebastian und ich wir bringen hier gerade die schafe um ja ich versuche es gerade ist auch birkenholz was machst du denn da ich suche das dahinten wahrscheinlich bin auch im dungeon aus mit auch gleich dunkel auch noch mehr schafe und so viel birkenholz alter ist ein bild ford ist ja gleich post die da werden wir auf jeden fall etwas abholzen vermisst kann wir auch mal ein zweites aufbauen ja das können wir sowieso irgendwann mal in angriff nehmen das wir expandieren das wir expandieren genommen wo lang hat die jim war zumal orientierung sind wie ein stück treibt ich fange mal an die bäume abzubauen leute ja weil wie viel birken hier sind holy shit jetzt können wir immer gebrauchen hier ja nicht jeder nicht alleine rein vor allem denn da hier bringt uns jetzt gar nichts mehr wo seid ihr denn alle da ist die frage ja hier ach so ich komme wieder raus siehst du uns ja da vorne hier bin ich das ist dann das die wasser und hier ist jeder mussten stein sollten wir abbauen der bemoeste stein er ist sehr selten und er sieht richtig geil aus und der ist bemoost hat man muss was ja noch warten man auf sebastian rung mein dungeon mein land und werf ist nicht meine kohle kannst du haben brauche ich nicht so kommt aber gerade keiner vielleicht war es auch nie ein dungeon denke ich auch nicht da ist kommt doch mal rein da warte doch mal eben ja ich warte doch ja das ist ein dungeon ich bin doch hier ausleuchten ausleuchten überall fackeln aber schön dass ihr mich nicht mit nehmt ihr müsst das so dran machen damit ihr nicht bohren können also zwei sachen also eine pferde rüstung und sattel gehören mir verzaubertes buch werden die truhe kaputt gemacht ich nicht wer war das sebastian wer sonst das sind zombies spawner ne scheiße ne bloß den wir moosten stein mit tim was ist das wieso habe ich jetzt das buch das sattel habe ich nicht das sattel den sattel naja mauni wer muss der stein ist so geil was ist denn pferderüstung wo ist denn jetzt diese für den pferden rüstung wie warst du nicht so ein pferd ja toll ich wollte ein eigenes pferd ich nehme mal die ganzen eimer hier mit kann man immer gebrauchen wer hat denn den ich habe sattel und schaltplatte habe ich jetzt hier alles was für den scheiß habe ich hier weil er doch die truhe kaputt gemacht hat ich habe die truhe nicht kaputt gemacht die sattelähe sie habe ich kaputt gemacht kannst du mir den sattel geben bitte ja wir haben die schallplatte haben ich und ich habe das verzauberte buch schutz 3 was macht man mit dem verzauberten buch zeig mal gib mal her wo ist die schallplatte ey da liegt sie du wolltest mich nur weglocken ey ja das ist für eine rüstung protection 3 cool ja aber das war jetzt ja kein mega dungeon das war ja eher so das ist halt ein zombie spawner ja das ist okay wir können ja hier wenn wir uns hier ein Dorf bauen dann können wir den zombie spawner als als xp quelle benutzen sag ich mal dass jemand in der nacht sich da hinstellt und dann halt die ganze zeit den xp abfarmt aber nebenbei was ist das hier bitte für eine krasse quelle an kohle ey ja es geht weiter man ihr findet nichts cool was ich finde ist draußen nachts juhu ja das finde ich cool nur warum wir hier reinweinen einfach mal aber hier gab es auch eine höhle wollen wir auch da hin echt ich habe gerade das gefühl wir sind in einer weißt du was ich jetzt mach ohne scheiß nimmst die Fackeln weg ich buddel mich jetzt gerade da unten hier ich habe eisen gefunden Tim bist du das mal wo hast du eisen gefunden der ist da hinten er ist raus gelaufen bin ich raus gelaufen ich habe mich einfach in die wand reingebohrt hier ist doch noch kohle achte ich bloß wo in die wand reingebohrt wo nach der reise hat dann wo ich hier runtergefallen bei mir nildo kannst du keine treppen bauen ist doch so lange langweilig was machst du denn gerade ich wurde da unten bin ja schon in höhe 40 ich buddel mich mal hier weiter durch hier ist eine hülle bei mir ok das heißt wir gehen zu dennis runter alle runter seid ihr alle runtergegangen boah da ist ein creeper wo kommt denn die erde her tolle höhle was ist denn das schwarze da ist ein creeper gehen wir weg hat dich am bogen wo ist der creeper das ist ein zombie wo ist der creeper hin alter verschwunden er gibt ihm hier ist der creeper verschwunden hier hey die baut die wollten hier nachher wieder hochkommen bitte das frage ich euch gerade auch aber ich will nicht hochkommen ich will doch helfen natürlich hoch halb viel kohle hier ist ja gut jetzt gehe ich auch runter jetzt wenn ihr sagt ihr kriegt da so viel ist doch keine treppe nach oben machen wir doch nicht aber wir ja hier ist eine hülle hey hier ist eine hülle ey mann wie weit seid ihr denn jetzt schon nicht so weit wie du denkst siehst du Tim hier geht das natürlich hoch ich bin ich siehst du mal ganz viele fackeln das ist hier hoch geht ja dass du das wissen hier sind wir schon mal blocke 60 hier ist Lava Achtung genau da sein und hier ist Ende hier sind wir kommen noch in der Decke was ist wenn die Karte unterirdisch funktionieren würde das egal hier sind Pflanzen sie lassen sich hier ist Ende ich sag dir hier ist nicht Ende hier geht es erst richtig los keep it up, 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 keep it up keep it up und Ticho baut sich da in den Boden? ja schade, hier ist nichts mehr, Ende ich stand aber wenn sie Pflanzen sind, ist das ein Zeichen für Pflanzen? gar nichts den buddel ich mir noch mal noch weiter da unten da unten ging es da weiter was du weißt hier oben? da ist nichts okay ist der Ausgang oder? ne ne nicht so wirklich ich habe keine Ahnung wo Dennis dich jetzt gerade weiter runter bohrt hier ist Kies ach da hallo hallo und wieder gerade ne warte ich muss mal den ganzen Kies hier wegschaffen das gibt viele Feuersteine ich habe nur eine Steinschaufel ich habe eine Schaufel ich habe Kohle gefunden hier nicht wo denn? hey ich höre was ihr auch? ich höre Musik nein, da kommt Kies grad runter ein Zombie hier wo ich buddel wo seid ihr denn? wo seid ihr denn? 5 Feuersteine 5 Feuersteine, wow gar nix hast du dir gefunden, hat ich dir? nein na doch jetzt hier nein mehr Feuersteine das Kies ich habe Kohle und Eisen hinter meinem Kies gefunden ich habe Kohle und Eisen hinter meinem Kies gefunden warte mal brauchst du die erst so nach unten oder was? ich? hier ist doch irgendwo ein Zombie oder sowas ja hört man ja ich habe eine Hülle ja ich habe eine Hülle ich komme nicht Sebastian ich hole eben noch hier das Eisen wo hat sich Sebastian runter gebohrt? was ist das denn der Spinne hier? was soll der Scheiß? ja ich bin hier runter gebohrt wow den fällt ja auch runter hier ist Eisen ah hallo ja wie wir dann da ich habe da Eis oh hier ist ein riesiges System komm mal zurück zu mir gold labislatuli und ich bin gold hey hey hier sammle doch auf ich baust doch nur ab aber du kannst mit Brot das nicht abbauen oh mein Gott hier ist voll der Mega Canyon holy shit ok lass mal schnell zurück gehen komm mal zu mir wir suchen ja ey das ist eine Spinne wo geht? wo seid ihr denn? oben noch warte mal eben bitte kurz ja wo sind die anderen jetzt? kommt der her? müsste mir eigentlich der herkommen ja da kommt Sebastian mit seinem Lächeln mit einem lächelnden Gesicht riesiger Canyon ist hier oh guck dich das mal an was sind Canyon hier? komm doch her hier ja warte doch mal ich baue jetzt erstmal hier die Cola Lava und Wasserstrom nebeneinander das sieht voll geil aus aber absolut Zombie warte doch mal eben oh Redstone aber du Arschloch wie redest du mit ihm? alter ist voll der Lava sie holy shit was nicht sind sie wäre aha Redstone Pilze da hat es laut zu dir geil level up we will never come down ja was bringt dann eigentlich we will never come down ja was? ganz Schaltung verlegen elektronische Leitung ne elektronische Leitung ne wo seid ihr denn jetzt hin? es gibt so viele Wege hier gerade ah da kommt ein Skeletten Arschloch Wichser wartet mal kurz ich muss hier doch Kohle abbauen ich glaub hier geht jetzt hoch ne wow ich da hinten ist ein riesiger Lava-Sächen aufpassen ey hier ist übelst die Kohle hier hinten ne ja wir sind doch grad übelst verteilt ne ja ich hab hier nen Pils gefunden wahnsinn ja ich hab Supreme du 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 – du 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 dua oh hier ist gold ich bau nochmal gold wozu brauchen wir eigentlich Gold? AWA sie hat Gold zu Geld Gold zu Geld ja das war so Alter das hört sich nicht auf was ist ein mega Lavastrohr hier vorne ich bin immer noch am Anfang sind wir grad bei der Teacher Scheiße ist hier viel Lava das Redstone ja bei mir ist richtig viel Lava Around the stars and lights endlich fertig hier you will never come down ich werde hier mal weiter runter kommen in welche Richtung seid ihr in die Gang? wenn du Glück hast, wirst du entdeckt? ich bin jetzt gerade an dem Lava-Wasserfall äh warte mal hier ist der Canyon zu Ende was denn du bist hier? Hallo! hallo ich hab hier hinten richtig was richtig heftiges gefunden was denn? seine Mutter? ja noch mehr Lava sehen und Skeletons was richtig heftiges richtig Roffel WTF weißt du? du mal oben an der Decke ist überall ähm wir brauchen eine Diamantspitzehacke warum denn Diamant? obsidian was haben wir von obsidian? weiß ich nicht mal gucken äh Leute? ja? nein wir müssen mal zu mir kommen hier ist ein riesiger Lavasee ja im Moment wir müssen aber auch unser eigenes Geschick hier schreiben Alter wie viel Gold hier ist ja mach doch dein Gold zu Geld ja aber richtig so äh richtig viel Gold wo bist du denn? wir müssen irgendwo Diamanten sein das ist die perfekte Diamantenhöhe hier ich hab grad ne Eisenquelle gefunden ich rau mal wieder zu euch wo ist denn der Titsche eigentlich? Kohle abbauen dann gehe ich mal zu der Titsche wo geht's denn hier oben lang? das ist eine interessante Frage Kohle finde ich Kohle Kohle und dahinten wird wahrscheinlich Dennis sein na hier fehlt der Canyon wieder du 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 was ist denn Junge ey? ja ich bin fast in die Lava gefallen Junge Mädel warum machst du das? Arschloch wo bist du denn? boah ist so viel Eis und Gold oder also Kohle bringen wir richtig viel mit aber ich kann nichts mehr aufnehmen boah ja weil so eine gewisse Person ja alles mitgenommen hat yo wo kommst du her du scheiß ich wollte ja keine Namen nennen aber Hilfe 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 fuck fuck nein nein sie brennt was machst du denn? ich bin tot in die Lava gefallen 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 da unten liegt ein Stück Brot da Rüstung das ist von Artichel hinter dem Skeleton liegt das alles ich komm sofort ich seh da ihre Level w Prozent die können die haben ich fühl meine ganzen Sachen wie du ich war da schön am Abbauen Mann am oder Gold was ist wieder gehört würde ich sagen problem ist von mir ich kann da kann nicht nur aufsammeln ich schon bei den einzelnen rüstungen sattel haben irgendwas wegwerfen was wir nicht brauchen so viel gab es gibt es ja gar nicht wie du hast was kann man denn stein die feine brauche ich jetzt auch mal gerade nicht aber den zombie in die labe gehauen die feine wichtig ist eigentlich meine rüstung meine paar schwerte problem ist da muss ich alles andere hier wegwerfen ich habe mich schon weiter aber wenn du es weg wirst die pflastersteine weg ja so viele habe ich nicht mehr aber wenn ihr doch was welt wegwerfen schnell das noch gar nicht dann liegt das schallplatte da baut doch kurze truhe und tut doch alles da rein das macht sinn ich habe zwei tun so bei dieser baby sowie es trinkt ihr einfach in die lava ich bin sofort da der papa liegt nur ein schwert dabei sonst nix ist halt dumm irgendwie werde ich satt wenn ich auf meinem boot bin ist auch lustig okay pass auf weil wir ja gerade so ein kleines problem haben dass die folge der sattel will nicht jemand aufsammeln ich bin gefreit ich kurz um die kohle ist oh creeper oh hi ich tue da auch mal ein bisschen was ein bisschen was rein soll ich noch mal ob sie die haben mit abbauen ihr die haben eisenschmerz wann einsteinschwert gehörte ihr die rüstung gehört ihr schön dass wir eigentlich so ziemlich alles für dich weg also kommt lasst uns mal kurz die folge wenn ich sehe ich nicht gar nicht mehr also ich sag mal hier während ihrer angebenden sage ich mal macht's gut und bis dahin und Löhren genau Jürgen Jürgen Jürgen